Was ist denn hier los? Overshooting Day! Overshoot? Was? Overshooting Day! Alles zu! Ah! Ich hab's! Tante Emma! Ja, ja, ja! Du hast so viel! Overshooting? Was war denn das? Das ist der Tag, an dem alle Ressourcen weltweit verbraucht sind. Ist ja lange genug darauf hingewiesen worden. Ich muss doch was einkaufen! Hey! Wir verbrauchen zu viel. Ab dem Overshoot Day leben wir auf Kosten der Menschen im globalen Süden und zukünftiger Generationen. Teilen schon Ressourcen. Du kaufst mehr, als du denkst. Bis wann geht denn das jetzt so? Bis Ende des Jahres! Und, und und. Und, und. Stattd ist es nicht am storm. Und. Im Bllett'